Olaf Ödelag fliegt in die Luft, ein postfaktischer Roman, Episode 29. Noch ein Einbruch im Europries, ein kurzes Präludium zum nächsten Intermezzo. Es war grau und regnete. Heute ist ein scheiß Tag, dachte die Verkäuferin im Europries. Und es kommen auch keine Kunden. Sie schaute trübsinnig durch die Glastür nach draussen. Plötzlich erschrak sie. Nicht schon wieder, rief die Verkäuferin aus, als die beiden riesengroßen Vögel bei der Eingangstür hereinkamen. Ich heiße Chip die Sipp, krächzte der eine Vogel. Ich heiße Flauscheklaue, sagte der andere. Hier drinnen ist herumfliegen verboten, rief die Verkäuferin. Denn erstens ist zu wenig Platz und zweitens machen eure Flügel einen derartigen Wind, dass alle Verkaufsartikel aus ihren Regalen und kreuz und quer durch den Raum geschleudert werden. Wir wollen wieder was Warmes für Menschen. Gräte Flauscheklaue. Bleibt wo ihr seid, ich bringe es euch. Sagte die Verkäuferin, holte zwei Wärmedresser und hielt sie den Vögeln hin. Chip die Vip krächzte noch. Und dann verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen und flogen davon. Die Verkäuferin saß sich im Geschäft um. Diesmal war die Verwüstung ausgeblieben. Sicher hatte die Kamera wieder alles aufgezeichnet. Ich habe den Vögeln unser billigstes Modell gegeben und so den Schaden minimiert. Würde die Verkäuferin ihrem Chef sagen und er würde sie loben. Alles in allem war heute ein grossartiger Tag. Intermezzo in Wolkenkuckucksheim. Flotto Flax. Was machst du hier, du Mensch? Daniel Obeegger. Ich bin hergekommen, um zu recherchieren. Cora Croax. Uns interessiert nicht, was dieses Wort bedeutet, daher wissen wir es nicht. Kukuru Cux. Wenn du gekommen bist, um Frau Sause Brause zu ersetzen, so geh wieder. Wir brauchen keine Lehrerin mehr. Wingen schwingen. Wozu der ganze Krach? Ich bin der Bürgermeister. Ruhe jetzt. Was macht dieser Mensch hier? Flauscheklaue. Er will regieren. Kragenkopf. Wir brauchen hier keinen Regierer. Daniel Obeegger. Hier oben ist es arschkalt. Holt mir bitte zwei Wärmedresser, wie bei Frau Sause Brause. Trilowix. Nichts holen wir. Wir sind nicht deine Diener. Daniel Obeegger. Ich bin ein Mensch und habe keine Federn und kein Daunenkleid. Flotto Flax. Dein Pech. Wir haben dich nicht hergeholt. Wingen schwingen. Flauscheklaue. Chipdiwip. Bringt diese Menschen hier wieder was zum Anziehen. Mir geht sein Zittern und Zähneklappern auf die Nerven. Achtung, Flugzeug. Kragenkopf, hilf den Menschen hier hoch. Oh nein, der Flieger hat mein Lieblingszimmer zerstört. Au, sei doch etwas vorsichtiger. Flotto Flax, Kukuru Kux, neu imaginieren. Zu Befehl. Es ist besser als vorher. Nein, mein Lieblingszimmer sah ganz anders aus. Protoflax. Ha, dann imaginiere es dir doch selbst. Chipdiwip. Da sind wir wieder. Hier ist das warme Dings. Flauscheklaue. Hier ist noch eins. Diesmal war der Service deutlich besser. Die Menschen lernten was dazu. Das finde ich drollig. Sie bemühen sich immer so. Daniel Obeegger. Zum Glück, die Wärmedresser passen. Ich bin gerettet. Korakroax. So, wenn er angezogen ist, zappelt er nicht mehr so viel. Menschen sind immer so unruhig und flatterhaft. Daniel Obeegger. Ihr habt Frau Sause Brause als Lehrerin geholt. Weshalb eigentlich? Wingen schwingen. Ich dachte damals, dass es schick wäre, lesen und schreiben zu können. Flauscheklaue. Aber es ist bloß lästig. Die Menschen können lesen und schreiben. Kragenkopf. Sie können rechnen und mit Geld umgehen. Singdingding. Und, was nützt es ihnen? Nichts nützt es ihnen. Sie rackern und schwitzen. Sie schimpfen und planen. Sie machen alles kaputt. Trillowix. Sie tun nie, wozu sie Lust haben. Den Zwang, den sie sich selbst auferlegen, nennen sie Freiheit. Daniel Obeegger. In meinem postfaktischen Roman versuchen sich die Menschen gegenseitig auszurotten. Wenn nur ganz wenige übrig bleiben, ist sogar für die Gierigen noch genug da. Aber es könnte auch sein, dass kein Mensch mehr übrig bleibt. Dann wäre Wolkenkuckucksheim mit seinen Bewohnern, also Menschen, die sich in Vögel verwandelt haben, alles, was von der Menschheit übrig bleibt. Flottoflax. Es ist unmöglich, dass sich Menschen in Vögel verwandeln. Weißt du das nicht? Chorekoax. Lass uns mit Ruhe mit deinem Roman. Der ist zum Lesen da und Buchstaben sind lästig. Chippdiwipp. Aus Gründen, die du nur zu gut weißt, die uns aber hier nicht mehr interessieren, haben wir uns nach Wolkenkuckucksheim zurückgezogen. Hier haben wir nichts mehr mit diesem ganzen postfaktischen Blödsinn zu tun. Kuckurukucks. Als Vogel bist du hier willkommen, als Mensch nicht. Flauscheklaue. Achtung, Flugzeug! Wingen schwingen. Ich hebe dich nur deshalb hoch, um dir zu sagen, lass uns in deinem Roman in Ruhe. Wir wollen dazu weder befragt werden, noch darin vorkommen. Versprich uns das. Daniel Oberäcker. Du hast recht. Ich verspreche es dir. Technisches Upgrade bei der Polizei. Wenn wir nicht einmal mehr imstande sind, einen einfachen Bürger ohne kriminelle Vergangenheit ausfindig zu machen, dann sieht es traurig aus mit der Polizei. Schimpfte der Polizeihauptmann. Olaf Oedelag ist wohnhaft in Neuwied. Wir haben seinen Wagen samt Anhänger. Wir haben seine Geldbörse mit Führerschein, Ausweis, Sanitätskarte und Wikinger-Club-Karte gefunden. Wir haben seine Wohnung durchsucht, seinen Computer beschlagnahmt, seine Pornofilmsammlung sorgfältig durchgesehen, aber von Olaf Oedelag selbst keine Spur. Die Polizei ist untulänglich ausgerüstet. Es ist eine Schande. Nun, heute bekommen wir von der Zentrale endlich unser erstes technisches Upgrade. Ein Set neuer Handfeuerwaffen mit automatisierter Zielvorrichtung. In dieser mützenlosen Schirmmütze sind Mikrokameras eingebaut. Jede Bewegung der Augen wird ausgewertet. Die intelligenten Kugeln in den Pistolen treffen immer zielgenau das, auf was der Schütze gerade schaut. Wir gehen jetzt diszipliniert in Zweierreihen zum Schießplatz, um uns mit dieser Neuerung vertraut zu machen. Hannes war bei Schießübungen immer der schlechteste. Mit dem neuen Gadget aber traf er immer ins Schwarze. Er musste nur auf die Zielscheibe schauen. In welche Richtung er seine Pistole hielt, war dabei völlig gleichgültig. Seltsamerweise traf Arnold, der zu den besten Schützen gehörte, an diesem Vormittag nicht einmal die Zielscheibenwand. Verbittert schoss er das ganze Magazin leer. Die Kugeln verschwanden einfach, statt ins Ziel zu treffen, als wären sie allen physikalischen Gesetzen zum Trotz mitten in der Luft abgebogen, um völlig andere Richtungen einzuschlagen. Wer weiß wohin. Wütend riss sich Arnold das Gadget vom Kopf und lud neue Munition. Wieder gelang es Arnold nicht, sein Ziel zu treffen, bis er den Verdacht schöpfte, dass es an den Kugeln liegen musste. Arnold lud schliesslich konventionelle Munition und endlich traf er wieder, wie gewohnt, sein Ziel.